Ja Ich bin übrigens weg neben dem Schiff Ja da irgendwo in der Nähe bin ich auch Also machen wir doch mal den tollen Generator Sei vorsichtig, der Geist hat hier irgendwo in einem Schiff rum Bis jetzt bekomme ich nichts mit Ich weiß, dass mich irgendwas angucken soll Ah, es ist Screaming Gustav Felsa Huch Buddies Watcher, danke für dein Follow Und willkommen zu Hause Ich bleibe noch ein paar Jahre 29 Du darfst gerne so lange 29 Jahre bleiben, wie du willst Ich werde dich nicht daran hindern, auch nur einen Tag älter zu sein Äh, nein, umgekehrt Ich werde dich nicht daran hindern, nicht einen einzigen Tag zu älter Aber er hat mich gesehen und hat mich ignoriert Er hat auch keinen Marker auf mich gesetzt oder sonst irgendwas Bis ich 50 werde Ja, ist okay Ach, da ist er Er hat sich hinter dem, ähm Generator postiert und gewartet Bis ich da bin Und ist aufgestanden Ich bin mir nicht sicher, was das werden wird Was? Ihr habt das auch gesehen, was da gerade passiert ist Ich werde jetzt gerade Was, was passiert hier? Wo kommt der jetzt auf einmal her? Hä? Ich bin nicht in seiner Nähe gewesen Er war nicht da Er hat mich fünfmal gehittet Sogar mehrfach, als ich auf dem Boden lag Ich bin zwölf und spiele Fortnite AJ, das glaube ich dir ist ungefragt Was ist da gerade passiert? Der Hammer ist, ich sehe auch gerade die anderen alle nicht Doch, da hinten Doch, doch Da hinten sind drei Okay Das war schneller als das Wie ganz am Oh ja Guck, bist du Ja, ich bin Direkt hinter dir Ich sehe gerade nichts Ich sehe gerade gar nichts Für mich ist das hier alles schwarz Äh, schon wieder ein Teil war Äh Äh Was heißt Ist hier irgendwo gerade gewesen? Ja, das ist gut möglich Aber er hat jetzt jemand anderen Als Dings genommen Aber alter was Da unten ist ein Generator Hast du einen gefunden? Ja, hier Achtung, Herzschlag Ja Wenn du runter gehst, kriege ich Herzschlag Ja, das habe ich mitbekommen Das habe ich auch bekommen Ja Can you be late? Can you reproduce? Ach da Weiß warum Wie sie sehen, sehen sie nix Ich bin so alt Ein Timebot ist für mich weniger als eine Millisekunde Der geht in deine Richtung Oder so in die Jedenfalls Das sah jetzt gerade so aus Da unten ist der Haken Der Haken, den du gerade genommen hast Wie ist der da so schnell hingekommen? Na gut Sei vorsichtig, der ist da irgendwo da vorne Der ist auf der anderen Seite der Karte Wie macht er das? Es gibt kein Weil gerade ist nämlich der andere Nämlich unheimlich schnell gerannt Also es gibt kein Kein Perk Der heißt Teleportiere mich durch die Gegend mit Ghostways Zumindest ist mir keiner bekannt So wird Ich bin so alt So alt wird kein Hase Der kann teleporten Ghostways kann eigentlich gar nicht teleporten Oder zumindest ist mir kein Perk bekannt Werden wir ja gleich sehen Wieso der so schnell ist Die ist jetzt drauf Die geht jetzt drauf Na die kann noch ein bisschen hängen Doch noch ein bisschen Ja Scheiße Ist egal Ich hau ab Achso Die ist kaputt wieder Ja der andere ist auch da dran Wie ausgesehen Hat pflanzen lassen So Jetzt muss ich jetzt so nochmal runter Ja Die ist doch normalerweise immer einer drauf Oben auf dem Die ist das einer ja Normalerweise Der ist da auch Oben auf dem Schiff Ne nicht auf dem Schiff Achso Ich bin auf der anderen Dem anderen Ding Dem anderen Ding Das ist normalerweise einer Oh der hängt im Keller Oh der hängt im Keller Ich bin auf dem Schiff Ich bin auf dem Schiff Ich bin auf dem Schiff Weil er ist ja nicht unsichtbar Doch Er ist nicht vollständig unsichtbar Er guckt mich auf jeden Fall jetzt an Ah guck mal ein fast fertige Generator Dann machen wir den ja fix Ja er ist unten Ich wusste es Also wenn Maya fällt dann ist es vorbei Ja dann ist sie gut Ich mache hier hinten den entfernten Ausgang Der steht direkt neben dir Alles klar Die ist jetzt weg Der ist da hinten Der läuft genau in die andere Richtung Jetzt habe ich ihn ganz aufgemacht Ja egal Er guckt Ja er hat auch gerade angefangen Dings aufzubauen glaube ich Sein Skill Da ist er Da habe ich keinen Bock drauf Ich bin aber raus hier Jetzt bin Jetzt war ich gefährdet Aber ich bin in dem Moment raus Ja das ist mir auch egal Aber verdammt ja Klippen unbedingt Das war wieder nichts Ja bitte Ich bitte darum Boah ey Komm mal Lass mal Ja fucking team again Das hat er denn Ja gut Durchdringendes Zittern kenne ich Ich bin ganz Ohr kenne ich auch So Tuch der Trennung Okay Gut Das kenne ich auch Was hat er denn da Höht gleich die Wiederherstellung Vom Mantel der Nacht Okay Höht moderat die Bewegungsgeschwindigkeit Beim folgen Ah Deswegen war der so schnell We got four people who just walked around the draw instead of repairing Ich gehe jetzt raus Ich gehe jetzt raus Du bist du mal Ich gehe jetzt so schnell Ich gehe jetzt so schnell